Und das ist Erich Fromm, die Kunst des Liebens. Also pass auf, was du sagst, ja? Ähm, ja. Also, ähm, ich war gerade auf dem Weg hierher, als der Mann, den ich ab und zu sehe... Ah, ich weiß schon. Der, bei dem du alles tun musst, was er sagt. Oh, Mimi, hör auf damit, bitte! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020